Schlechte Neuigkeiten für Windows 11 Nutzer, es gibt neue Einschränkungen und ja, schon wieder. Dabei geht es nicht um die bereits bekannten Anforderungen. Windows 11 ist ja dadurch bekannt geworden, dass sie sehr strikte Einschränkungen bei der Hardware eingeführt haben. Das wurde damals ja auch kontrovers diskutiert. Primär geht es darum, der Arbeitsspeicher, der ist gestiegen, es werden nur noch bestimmte Prozessoren unterstützt. Und man braucht zwingend ein sogenanntes TPM, das ist ein Trusted Platform Module in der aktuellen Version 2.0. Zur Einführung vor zweieinhalb Jahren ist das vielen negativ aufgestoßen. Warum? Weil das schon eine signifikante Änderung ist. Wir gucken mal beim Vorgänger Windows 10, da gab es nur eine generische Auflistung von Mindestanforderungen. Mindestens 1 GHz Prozessor, 1 GB bzw. 2 GB Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher, 16 GB oder 20 GB und das war es im Wesentlichen auch schon. Also sie sind deutlich genügsamer und vor allem generischer, weil das auf jedem Prozessor lief oder jeder Prozessor unterstützt war, der mindestens 1 GHz Taktfrequenz hatte. Das sieht jetzt ganz anders aus, wenn man jetzt mal guckt, bei Windows Prozessor Anforderungen gibt es hier ganz unten ganz lange Listen für jede Version. Hier zum Beispiel die aktuelleren, da haben wir dann für AMD und Intel komplette Listen, wo man hier gucken kann. Das heißt, nur diese spezifischen Prozessoren werden unterstützt, viele andere nicht, die ein bisschen älter sind, teilweise bloß ein, zwei Jahre mehr, die auch leistungstechnisch ausreichen würden. Das habe ich hier schon mal demonstriert in dem Beitrag, da bin ich hergegangen und habe hier auf einem PC, der ungefähr 10 Jahre alt ist, das Ganze mal mit verschiedenen Tricks versucht. Offiziell geht das ja nicht, da sagt er, der PC unterstützt nicht die Systemanforderungen, also hier mehrere Punkte gleich, TPM zum Beispiel fehlt und auch der AMD FX Prozessor, also ein Vierkernprozessor. Diese Sachen hier, die konnte man alle noch umgehen, da gibt es auch Programme mittlerweile, wie zum Beispiel Rufus, die haben das eingebaut. Da kann man hier mit zwei Klicks sagen, man möchte zum Beispiel hier diese Anforderungen umgehen und dann wird das auch direkt installiert. Es gibt keine Fehlermeldung und man kann dann dort Windows 11 auf dem System nutzen, das läuft auch ganz passabel. Technisch nutzen diese Tools eine Automatisierungsdatei für die unbeaufsichtete Windows-Installation. Wer wissen will, wie das intern funktioniert, ich habe hier nochmal einen Beitrag gemacht, wo ich das mal ausführlich im Detail gezeigt habe. Und zwar, wenn wir hier das Ganze installieren wollen, dann gibt es eine Fehlermeldung, da sind irgendwelche Anforderungen nicht erfüllt. Es gibt für jede dieser Anforderungen einen Registrierungsschlüssel, also hier für den Prozessor, also diese Liste, die wir eben gesehen haben, dass der auf jedem Prozessor läuft, für den Arbeitsspeicher, TPM, Secure Boot und auch den Speicherplatz auf der Festplatte. Die kann man hier setzen, also den Registrierungsseditor aufmachen, hier habe ich es mal demonstriert, in den Pfad navigieren, diese Schlüssel anlegen und anschließend ist diese Prüfung abgeschaltet. Das heißt, man kann dann, wenn die gesetzt sind, das Ganze hier installieren, auch auf einem Gerät, das nicht unterstützt ist. So der bisherige Stand. Diese Anforderungen wurden schon mal verschärft und zwar hat es hier nicht allzu lange gedauert, bis zum Beispiel der Zwang mit dem Cloud-Konto ausgeweitet wurde. Das war ja schon zum Release ziemlich umstritten, dass man mit der Home-Edition, also Windows 11 Home, zwingend ein Microsoft-Online-Konto nutzen musste. Und es dauerte nicht lange, dann hat man das auch für die nächste höhere Edition, für die Pro eingeführt, wo sie damals ja gesagt haben, es ist ja bloß für Home, ihr könnt ja, wer das wollt, Pro nutzen. Doch die neuesten Einschränkungen, die gehen hier deutlich über das, was bisher schon da gewesen ist, hinaus. Und zwar verweigert Windows 11 jetzt den Start auf Prozessoren ohne den Instruktionssatz POP-CNT. Das steht für POP-Count, das ist also ein Befehlssatz vom Prozessor, da sind wir jetzt schon auf sehr Low-Level-Ebene, also sehr nah an der Hardware unterwegs. Ihr seht am Datum, das ist noch recht frisch. Da gab es auch mittlerweile jetzt von den deutschen Medien einige Artikel und hier haben wir eben das Problem, dass die bisherigen Workarounds, also da gab es ja immer wieder verschiedene Wege, wie man diese ganzen Einschränkungen umgehen konnte. Meist haben die eine Zeit lang funktioniert, dann wurde mal was wieder von Microsoft deaktiviert, dafür kam was Neues hoch, so war das ja lange Zeit so ein Katz-und-Maus-Spiel. Hier auch nochmal ein Artikel, werden jetzt eben die Workarounds blockiert, das heißt, das, was ich euch hier vorher gezeigt habe in den Artikeln, egal ob jetzt manuell oder automatisch, das greift hier nicht mehr. Das wurde auch nicht offiziell angekündigt, sondern hat hier jemand herausgefunden. Ironischerweise hat er dafür Gründungswerkzeuge genutzt, um das rauszufinden, also auch spannend. Brand neu ist die Entdeckung nicht, zum ersten Mal habe ich das gesehen im Sommer, da hat man nämlich in der Insider Preview, also in der Vorschau-Version für Tester, da war schon mal was in der Richtung drin, aber das ist immer so ein bisschen wackelig, da weiß man nie so genau, ob das nachher produktiv kommt, deswegen habe ich da bisher auch noch nichts zu gemacht. Da hätte es ja noch sein können, dass es bloß ein Test war, aber jetzt haben wir eben Gewissheit, denn es ist in dem brandaktuellen Funktionsupdate 24H2 enthalten, also hat es in die produktive Edition geschafft. Fairerweise muss man dazu sagen, dass dieser Instruktionssatz, also PopCount, so im Jahre 2007 bis 2008 bei den zwei großen Prozessorherstellern Einzug hielt, hier haben wir es 2008-2007, das heißt man kann ungefähr sagen, dass dieses Problem jetzt Windows 11 auf Prozessoren betrifft, deren Generation vor 2009 erschienen ist. Das betrifft zum Beispiel viele aus der Intel Core2 Duo-Reihe, kennen bestimmt noch einige von euch, war damals ziemlich verbreitet. Gibt es da jetzt für solche Systeme also gar keine Möglichkeit mehr? Das stimmt, stand jetzt nicht, und zwar hat hier Desktop-Modder mal ein bisschen rumprobiert, die haben festgestellt, man kann die Install.Wim-Datei, die kann man aus dem ISO rausholen und mit einer älteren Version ersetzen, das heißt man hat also wieder einen weiteren Hack, mit dem man das irgendwie umgehen kann, aber auch hier ist ungewiss, wie lange Microsoft das noch duldet, denn wir hatten es ja in der Vergangenheit schon mal, dass es da verschiedene Tricks gab, die auch von Microsoft irgendwann unbrauchbar gemacht worden sind. Oder es gibt welche, die zwar grundsätzlich funktionieren, aber die irgendwelche Nachteile mit sich bringen, hier zum Beispiel haben wir ein, da konnte man sich wie ein Windows-Server verhalten, aber das war halt das Problem, da konnte man dann keine Upgrades mehr machen, heißt das System war von Updates abgeschnitten und bei Windows gibt es ja immer viele Sicherheitslücken, also das ist keine gute Idee, so etwas produktiv zu betreiben. Und auch hier scheint schon die nächste Stufe in Arbeit zu sein, nämlich wurde hier aktuell verkündet, wie es mit dem ganzen KI aussehen soll. Co-Pilot sei hier der Assistent in Windows werden, der hier mit künstlicher Intelligenz neue Funktionen reinbringt, das ist ja das Hype-Thema schlechthin, das baut Microsoft gerade überall ein. Und hier ist der Arbeitsspeicher mal eben kräftig nach oben geklettert, auf mindestens 16 Gigabyte. Derzeit ist das noch keine Systemanforderung für Windows 11, aber auch das kann sich in Zukunft jederzeit ändern und gerade nachdem es ja schon einige Stellen gab, wo das passiert ist, würde ich als Windows-Nutzer mich jetzt nicht darauf ausruhen, dass es im Moment nur sehr alte Prozessoren betrifft, denn es wird eine Frage der Zeit sein, bis das Microsoft auch auf neuere erweitert, wie sie es hier zum Beispiel auch mit der Kontopflicht getan haben. Von Co-Pilot gibt es übrigens schon Stufe 2 oder 3, je nachdem in welcher Reihenfolge, nämlich kriegen jetzt die Windows-Nutzer und die Windows-11-Nutzer unfreiwillige Werbung, dass man hier doch die Pro-Version, also so ein Abo abschließt mit weiteren Funktionen und da jeden Monat Geld an Microsoft bezahlt. Ja, und da wird eben euer Windows-11 als Werbefläche genutzt. Generell ist es ja Microsofts großes Ziel, dass ihr bei den möglichst vielen Cloud-Abos abschließt, denn das bringt zum einen mehr Geld und regelmäßig Geld, jetzt zum Beispiel auch Cloud-Windows, das ist relativ neu, auch das wird kommen, dass ihr eben nicht Windows einmalig kauft und bei euch betreibt, sondern hier bei Microsoft schön im Abo- und Rechenzentrum. Während das viele von euch nicht so toll finden, sieht das da bei Microsoft ganz anders aus. Dadurch diese Cloud-Abos meistens mehr gezahlt wird und da eben neues Wachstumpotenzial noch da ist, haben die hier ziemlich viel Geld, das sie verdienen können, das freut Microsoft und auch die Aktionäre. Das hier waren ja bloß Quartalszahlen, hier kann man es nochmal schön auch grafisch im gesamten Jahr sehen. Mit großem Abstand vorne hier Serverprodukte und eben Cloud-Dienste, dann folgt Office, was ja auch immer mehr in Richtung Cloud gedrängt wird. Das Betriebssystem Windows, das ist jetzt ziemlich abgeschlagen. Das Handelsblatt hat schon 2022 gesagt, Windows wird zum Randgeschäft und ja, die Zahlen bestätigen das. Oder wie es WinFuture sagt, die Cloud-Sparte, die ist schon seit vielen Jahren die Cash-Cow von Microsoft, mit der sie am meisten Umsatz verdienen können. Nachdem du nun hoffentlich über die neuesten Einschränkungen im Bilde bist, schreib gerne deine Meinung zu den Windows-11-Einschränkungen hier auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid nicht betroffen oder vielleicht sogar schon zu GNU-Linux gewechselt, denn dort gibt es natürlich keine so derartigen ominösen Einschränkungen, die man bei Microsoft seit längerem immer wieder sieht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.